hallo hier ist euer florian und ja ich war ja mal mit dem helmut berger verheiratet und wir waren sehr oft in san tropez und die ganze schickimicki zeug und so und ja ich liebe ihn immer noch den helmut und ja und es war eine schöne zeit und naja ist dann halt auch ein bisschen schief gegangen und jetzt ist ja auch zum beispiel china wieder im dschungel camp da bin ich ja auch und seht ihr ja gerade und ja wir denken dass wir viel spaß haben aber auch die ganzen dschungel prüfung bestehen müssten und sterne holen und ja ich wünsche euch viel spaß und macht's gut